Hallo und herzlich willkommen zu Panini-Vorschau 108 mit Neuheiten zum März und April 2023. Ihr wisst, ich mag diese Dinger unheimlich gerne, deswegen freue ich mich auch heute wieder riesig, das Ganze mit euch zusammen anschauen zu dürfen. Das Ganze sieht heute ein bisschen anders aus. Panini hat das nicht auf Jumbo hochgeladen, so wie sonst auch immer. Das heißt, wir haben heute nicht diese schicke Blätter-Animation. Ich habe das Ganze hier versucht zu retten und versucht so anzupassen, wie wir das sonst auch immer haben. Aber die Animation fehlt dann halt. Das ist jetzt ein anderer Reader, den wir dafür benutzen. Ich weiß, jemand hat auch mal im Discord gesagt, wir wissen ja schon, was alles erscheinen wird durch die Halbjahresvorschau, durch die Liste, aber so ist es nicht. Manchmal wird auch was dazwischen geschoben, manchmal wird was verschoben, manchmal auch vorverlegt, seltener, aber passiert. Und ich bin ja auch eine sehr visuelle Person, also ich bin Artist und erst diese ganzen Bildchen zu den Comics machen mich so richtig scharf drauf. Deswegen feiere ich das wirklich sehr und die letzte Vorschau hat mich so ein bisschen enttäuscht gehabt. Ich hoffe, das ist bei dieser hier nicht so der Fall. Bevor ich zu lange rede, steigen wir jetzt einfach ein. Das hier ist die erste Seite. Ich mag auch, dass die mittlerweile so Highlights highlighten und man hier so eine Übersicht hat. Ich weiß nicht, ob die das schon immer gemacht haben. Wenn ja, habe ich nie darauf geachtet. Aber das hier ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Bitte beibehalten. Wir haben hier zum einen Spider-Man, Start der neuen Serie von Starzeichner John Romita Jr. Ist so das Highlight auch auf dem Cover hier vorne. Und John Romita Jr. ist natürlich ein Fan-Favorit in dem Sinne. Mal gucken, wie das Ganze wird. Der Run von Nick Spencer hat ja geendet und jetzt übernimmt, glaube ich, Sepp Wells als Writer. Und John Romita Jr. wird es zeichnen. Mal gucken auch, ob John Romita Jr. auch dran bleibt. Oder ob der dann bald schon abgelöst wird. Denn das weiß man bei Marvel nie so ganz genau. Dann haben wir hier noch einmal Dark Crisis, das DC-Event des Jahres. Ja, das wird vermutlich so das letzte Event sein in Infinite Frontier. Und dann geht das Ganze wieder in DC Universe über. Wir hatten ja eine kleine Unterhaltung darüber im Discord auch. Und ich freue mich sehr, dass das Ganze noch dieses Jahr passieren soll. Diesmal recht schnell. Und ja, finde ich gut. Batman Spawn hatte ich euch schon vor ein paar Monaten geteased. Wahrscheinlich wird es von Greg Capullo gezeichnet, ne? Soweit ich mich noch erinnern kann. Und macht tatsächlich Sinn, denn Greg Capullo hat so viel an Spawn gearbeitet. Und auch an Batman ist halt einfach der Richtige dafür. Ob man jetzt seinen Stil mag oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ich mag es sehr gerne. Deswegen stört mich das an dieser Stelle überhaupt nicht. Ich heiße sogar willkommen. Und die beiden Legenden treffen wieder aufeinander. Das ist natürlich wahr. Wir hatten schon mal so Crossover mit Batman und Spawn. Die habe ich nie gelesen. So lange ist das schon her. Und ich finde, das ist von DC auch hier der richtige Schritt gewesen, das Ganze jetzt noch mal zu tacklen und zu machen. Sie haben es auch nötig. Damit greifen sie ja natürlich alte Fans wieder ab. Und deswegen, ja. Gillis, der Gauner, der holländische Asterix, sagt mir überhaupt nichts. Und wir haben hier einmal Ranking of Kings, der Manga-Hit zum Crunchyroll-Anime. Ich habe das Gefühl, Panini pusht jetzt so ein bisschen verstärkt auch Manga. Ähm, weiß nicht, ob es so der Fall ist oder nur meine Wahrnehmung. Aber es macht natürlich Sinn. Manga und Anime verkaufen sich am meisten. Haben wir jetzt neulich auch durch einen Einblick im Discord sehen können. Vielen Dank für den Einblick an dieser Stelle. Und, ähm, ja. Das ist halt klar. In allen Ländern so ziemlich verkauft sich aktuell Manga und Anime mehr und besser als US-Comics. Schade eigentlich, aber verdient, ne. Okay, wir machen einfach weiter hier mit Seite 2. Mit einer Leseprobe aus Spider-Man 1 und 2. Ja, das ist der neue Run. Wie gesagt, Zeb Wells kennen wir ja auch von Conan unter anderem. Und ich hoffe, dass dadurch das Ganze so ein bisschen düsterer wird. Ich würde mal gerne wieder was über Spider-Man lesen, das düster ist. Und diese Seite hier macht so ein bisschen tatsächlich den Eindruck, als könnte das passieren. Mal gucken. Was ist das? Neuheiten Marvel. Spider-Man Collector's Edition. Was ist das denn? Diese schicke, exklusive Sammlermappe enthält 5 limitierte Variant-Cover der ersten Ausgabe der neuen Spider-Man-Comic-Serie. Zusätzlich dürfen sich Fans über einen Print mit Artwork der, okay. Oh. Variants. Weitere Spider-Man-Variants. Mehr Variants. Okay. Spider-Man 3 und 4. Also 4 Hefte im Endeffekt jetzt insgesamt. Und dazwischen ein bisschen Variants. Ja, das ist das Gleiche. Dan Slott schreibt Issue 4. Aha. Interessant. Rückkehr von Dan Slott an Spider-Man oder wie? Das wäre so lustig. Zeb Wells schreibt 3 Issues und Abdalba nimmt wieder den Slott und schreibt die nächsten 20 Jahre weiter Spider-Man. Das wäre halt... Okay. Wir haben hier einmal Ex-Tag der Entscheidung 1. Ich weiß nach wie vor nicht genau, was das ist. Aber hier sind die Avengers drauf und die X-Men. Ich habe ja spekuliert, dass Avengers hier dabei sein werden. X-Men und Eternals oder sowas. Ähm, ich kenne die Eternals halt nur aus diesem Filmtrailer, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ja, mal gucken. Also auf jeden Fall sind Avengers dabei und wir haben auch die X-Men hier. Vielleicht hatte ich ja recht. Okay, ist das einer der Eternals vielleicht? Ähm, ja, wie wäre es mit Lesen, ne? Klar. Stories von Kieran Gillen, Zeichnungen von Pascal Ferry und Dustin Weaver. Äh, jo. Eve of Judgment 1 sagt mir jetzt alles nichts. Das erste große Marvel-Crossover-Event des Jahres. Das ist ein Event. Okay, geschrieben von Top-Autor Kieran Gillen. Kieran Gillen ist, glaube ich, tatsächlich recht gut. Eternals, X-Men, Star Wars. Okay. Ein Spektakel mit den Avengers, den X-Men und den Eternals. Kann ich bitte an dieser Stelle einen Applaus bekommen? Ich habe richtig geraten. Ja, Halbgötter, bla bla bla. Gut, gut. Die Eternals greifen die X-Men auf Krakoa an. Mhm. Avengers, ja, das sind alle so Hefte. Ihr wisst, ich lese Hefte nicht wirklich, ne? Auch bei Spider-Man, ne? Ich muss da tatsächlich noch den Nick Spencer Run erst mal weiterlesen. Ich lese ja in Paperbacks, deswegen bin ich noch nicht so weit. Und deswegen gehe ich hier jetzt auch nicht so stark darauf ein. Ihr kennt das mittlerweile, hoffe ich. Die furchtlosen X-Men 13 und 14. Ich weiß nicht, was sie da mitgemacht haben. Was ist das? Das ist Cyclops? Ernsthaft? Sieht aus wie Zorro mit einem Robocop-Visier. Dann haben wir hier einmal X-Men Red 1. Hier ist Storm drauf, ne? So oft wie sie Frisuren und Klamotten wechselt, da kennt man die auch kaum noch wieder. Aber das war, glaube ich, schon immer so. Storm ist natürlich mega cool. Wird immer von allen gemocht. Jahrtausende haben die Mutanten auf Arako, dem Krieg gehuldigt. Mars wenig geäußert. Aha, aha, aha. Ja, X-Men. Wie gesagt, ich werde da wahrscheinlich nie durchsteigen. Ich liebe die X-Men und ich kann niemals anfangen, die irgendwie zu lesen. Ah, mega schade. X-Men 92, Haus auf. Oh mein Gott. Story Steve Fox, Zeichnung Salva Espin. Was ist das hier? Das ist 22, 1 bis 5. Warum dann 92? Charles, Xavier, Magneto und eine langlebige mysteriöse Frau, die mehr gesehen hat, als ihr lieb ist, haben auf der Insel Grokoa eine souveräne Nation für Mutanten errichtet. Klingt vertraut? Ja, war schon in House of X und so und so auf den. Mag sein, aber es ist 1992. Und mit diesen X-Men von damals läuft alles ganz anders als heute. Ja. Warum wohl, ne? Ein famoser Mix aus Hick-Man-Ära, den X-Men, Hick-Man-Ära, den X-Men von Jim Lee und X-Men der Animated Series. Ja, famos, Leute. Die neuen Fantastic Four, das wird wahrscheinlich viele freuen, die Fantastic Four waren ja sehr, sehr abwesend, äh, sehr, sehr lange Zeit bei Marvel und seit sie zurückgekehrt sind, wurden sie ganz herzlich empfangen, hatte ich so den Eindruck. Und als die Fantastic Four vor Jahren vermisst wurden, passt auch zu den Fans, ne, füllten vier ungleiche Helden die Lücke. Das Vergnügen war nur von kurzer Dauer. Was bis dato niemand wusste, Ghost Rider, Hulk, Spider-Man und Wolverine sprangen kurz darauf noch einmal in die Bräsche. 30 Jahre später reist Autor Peter David in der Zeit zurück, um das verschollene Abenteuer endlich zu erzählen. Was ist hier eigentlich los? Ich mache aktuell eine Review zu Wolverine Patch und ich kann euch schon spoilern, auch da ist es eine verdammte Zeitreise. Es ist schon wieder so, ja, die Story von fucking 1988 wird weitererzählt. Und hier haben wir das Ganze mit X-Men und hier haben wir das Ganze mit Fantastic Four. Was ist mit den neuen Sachen? Verkaufen die sich nicht mehr? Wollen die jetzt doch wieder die alten Fans zurückhaben oder was ist los? Naja, vielleicht cool, wer weiß. Äh, Spider-Punk. Ja, kennen wir, glaube ich, aus Spider-Gaddon, ne? Hat man den das erste Mal gesehen? Von Cody Ziegler gezeichnet, äh, geschrieben, sorry, und von Justin Mason gezeichnet. Inhalt Spider-Punk 1 bis 5. In einer der vielen Realitäten des Marvel-Multiversums ist Hobie Brown der krasse Spider-Punk. Eigentlich dachte der, ich würde es so feiern, wenn der so heißen würde. So das Cover, ne, und nicht der Amazing Spider-Man, sondern der krasse Spider-Punk. Eigentlich dachte der Anti-Held, die Welt gerettet zu haben. Doch nun greifen Kraven und die Hunters an. Außerdem zeigt sich, dass das Böse auch über den Tod hinauswirken kann. Okay, das ist nur die Beschreibung zu der Geschichte selbst. Das könnte wahr sein, ist ne komplette Miniserie. Ähm, es ist ne Elseworld-Geschichte. Also ne andere Erde für diejenigen, die sich nicht auskennen. Das gehört nicht zum Haupt-Spider-Man, sondern ist was eigenständiges. Spider-Gwen übrigens genauso aus dem Gwen-Verse hier. Ah, für mich schon ein bisschen viel das alles. Aber ja, es gibt viele Gwen-Fans. In ihrer Wirklichkeit wurde die junge Gwen Stacy zur Netschfingerin Spider-Woman und später Ghost-Spider. Doch nun wird ihre Heimatdimension von einer Schurkin auf den Kopf gestellt. Und plötzlich gibt es eine ganze Handvoll Gwen, äh, Gwens Parallel. Angefangen bei Thor-Gwen und Iron-Gwen. Okay, jeder darf mal alle sein, wie immer bei Marvel. Weiter geht's. Sam Wilson ist wieder Captain America. Ja, juhu. Okay, Captain America 1 von Sam Wilson und Steve Rogers Captain America 1, weil wir sind aktuell auf der Diversity-Schiene und jeder muss seine eigene Version vom Helden haben. Die Schwarzen können den Weißen nicht mögen und die Weißen können den Schwarzen nicht mögen. Also brauchen wir zwei Captain Americas. Wie dumm. Weiter geht's. Die neuen Savage Avengers 1. Da geht es weiter. Interessant. Denn da haben wir jetzt wirklich auch Conan, wo ich noch neulich gesagt habe, da würde ich gerne mehr von sehen. Aber Savage Avengers ist jetzt nicht das, was ich sehen wollte. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Baba Conan durchstreift die Marvel-Gegenwart, weil das ein Verbrechen gegen die Zeit darstellt. Macht nun der Cyborg-Devlog-Jagd auf den Cimmeria. Logisch. Mehr müssen wir dazu nicht wissen. Iron-Man-Anthologie ist eine Anthologie mit alten Geschichten. Eine Ansammlung. Guardians of the Galaxy-Geschichten aus dem All. Okay. Für Comicsammler, Guardians of the Galaxy, Neueinsteiger und Fans des Marvel Cinematic Universe. Also für alle. Ein Sammelband mit rasanten Guardians-Abenteuern. Ein Sammelband mit... Das ist auch ne Anthologie im Infekt dann, oder? Nur kleiner wahrscheinlich. Okay. Brutschiff, Space Order, Rocket Wars. Ich mag die Guardians. Ich weiß nicht, ob ich das lesen sollte. Vielleicht. Vielleicht. Mal gucken. Guardians of the Galaxy-Anthologia. Da haben wir das Ganze nochmal. Ja. Schon wieder alte Geschichten. Weiter geht's. Dann haben wir hier Fantastic Four 11. Das ist die aktuelle Serie, die weiter geht von Dan Slott. Und dann haben wir hier einmal Thor, König von Asgard V. Das geht endlich weiter. Das ist gut. Wird ja geschrieben von Donny Cates unter anderem mittlerweile. Und ja, das wird gekauft. Das sammle ich auch. Ich hab jetzt auch alle vier Bände bislang. Und ich glaub, ich hab seit Jason Aaron so ziemlich alles hier. Alles, was Panini jetzt auch als Deluxe rausgebracht hat. Thor ist etwas, das lese ich. Deswegen, ja, vielleicht mach ich auch einen Einsteiger-Guide für euch irgendwann. Aber das ist recht simpel. Also da diese ganzen Thor-Geschichten zu sammeln, ist gar nicht so schwer. Captain Marvel 8. Interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Avengers Max Strike. Ja, das ist halt, ich glaube tatsächlich, das haben wir jetzt auch bei DC gesehen. Meck, meck, meck. Das ist wahrscheinlich so der Versuch von den US-Supergiganten, das Publikum abzugreifen. Weil die aktuell alle auf Manga stehen. Und Max sind typisch japanisch. Ähm, ich glaub aber nicht, dass das der richtige Schritt ist, ehrlich gesagt. Denn mich interessiert gar nichts davon. Und ich weiß nicht, ob Manga-Fans jetzt sagen werden, boah, die gibt's jetzt als Max, das lese ich. Die lesen halt nicht Manga, weil es Max hat. Das ist halt, na ja gut, ist auch nur meine Vermutung, ne. Ist auch für Panini Kids. Kann sein, dass ich mich jetzt hier komplett irre. Das hab ich jetzt gerade noch nicht gelesen gehabt. Jetzt erst halt. Aber, ja, ich mag diese Meck-Geschichten nicht wirklich. Wenn's Mecks sein müssen, dann doch bitte Transformers. Wann kommt eigentlich Transformers nach Deutschland, Panini? Wolverine, der beste vier. Okay. Ähm, hat jemand diese Serie hier gelesen? Wenn ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr sie findet. Kann man da als Neueinsteiger was mit anfangen? Oder braucht man Vorwissen oder sowas? Denn jemand hat mal gesagt, Wolverine, der beste, ist halt so ein Comic, den jeder lesen kann. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Wenn ja, würd ich da tatsächlich gern mal reinschauen. Aber, ja. Punisher Nummer zwei. Das ist halt der neue Punisher mit diesem ultradämlichen Logo. Mag ich überhaupt nicht. Ich erkenne halt den Punisher nicht wieder mittlerweile. Und ich glaube, der Run ist auch bislang noch nicht so gut gewesen. So hab ich's gehört. Ich selbst hab's nicht gelesen. Ich möchte hier keine jetzt Falschausagen machen. Aber, falls das jemand irgendwie bestätigen kann. Ihr wisst, ich bin eher DC-Guy. Deswegen, alles, was ich zu Marvel sage, ist sowieso nicht so hoch zu werten. Ähm, aber Bestätigung gerne in die Kommentare. Ihr, ähm, seid ja auch die Community. Und ihr könnt da durchaus euren Senf beisteuern. Sehr gerne sogar. Spider-Man Paperback 12 kommt. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich glaub, insgesamt wird's ja 14 geben. Oder ist 12 jetzt der Abschlussband? Hm. 14 oder 15 waren's, glaub ich, im Englischen. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, ja, Nick Spencer wird weiterhin gekauft. Black Panther 2. Das ist auch eine sehr komische Geschichte. Ich weiß gar nicht, welcher Run jetzt das ist. Das ist der 21er. Black Panther wurde in den letzten drei Jahren oder so dreimal rebooted. Also, jedes Jahr ein neuer Black Panther-Run. Ob das jetzt noch gut ist, weiß ich nicht. Einer von denen galt tatsächlich als recht gut. Aber dadurch, dass es ständig rebooted wird, hab ich auch keine große Lust, da irgendwie einzusteigen. Ich weiß auch nicht. Moon Knight Collection von Warren Ellis. Okay, Zeichnungen, ja. Cullen Bunn ist ein guter Writer, der sagt mir meist recht zu. Ähm, Warren Ellis kenne ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist auch jemand, der das recht gut immer geschrieben hat. Vielleicht irre ich mich jetzt aber auch. Das ist ein Sammelband wieder. Ich vermute, da sind dadurch auch wieder ältere Geschichten drin. Von 2014, das ist ja auch dann die Zeit, wo Jason Aaron's Tor stattfand, ungefähr. Ne? So ein bisschen Marvel Now. Die Zeit. Okay. Äh, ups. Sorry. Äh, Punisher Collection Nummer 4 kommt. Da geht es weiter. Punisher Sowjet. Da hat er noch diesen alten Skull. Ähm, dann haben wir hier Marvel Must Have Iron Man, die 5 Albträume, Must Have Captain America Neue Gegner, Tor Gottes Donners Götterschlechter. Nochmal als Must Have. Da haben wir halt die Deluxe schon. Die würde ich eher bevorzugen. Dann Marvel Super Heroes Secret Wars. Und der Marvel Tag ist am 4. März 2023. Mal gucken, was da so passiert. Mehr Infos und eine Übersicht der teilnehmenden Händler. Was gibt es da? Freie Comics? Also, freie Comics. Comics für umsonst? Für Umme? Okay. Äh, die Spider-Man-Comic-Kollektion geht natürlich auch weiter. Wir sind mittlerweile bei Band 12, Superstars. Band 13, Hobgoblin. Dann kommt 14, Krieger, Silver Sable, Deadpool. Ja, ich sammle fleißig. Wie ist es mit euch? Sammelt ihr Spider-Man, die ultimative Kollektion? Sagt mir Bescheid. Wir gehen jetzt über hier zu DC. Das ist eine Leseprobe aus Dark Crisis 1. Die Bilder hab ich ehrlich gesagt schon mal gesehen. Und, ähm, das hier ist der Abschied von der Justice League. Die Justice League ist an dieser Stelle verstorben. Ähm, ja, bitte sehr. Das ist ein Spoiler für euch. Aber, ja, bitte sehr. Und, äh, wir haben hier Green Lantern und so sehr schön gezeichnet, finde ich. Das Event war gemischt aufgenommen worden. Na, aber mal gucken. Ich werd's auf jeden Fall lesen. Es ist halt ein großes, wichtiges Event. Wann kommt's denn? Ich sag heute gar nicht die Daten dazu. Tut mir leid. Äh, es kommt am 4.4., also im April. Dann haben wir hier Batman Shadow of War, der zweite Band. Das ist auch auf jeden Fall etwas, das sofort gekauft wird. Das ist ein Event von, äh, Deathstroke und der Serie Robin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jemand hat neulich im Discord gefragt, was man für Vorkenntnisse braucht. Da sind die beiden Serien. Und ihr braucht, glaub ich, auch jeweils nur den ersten Paperback zur Serie. Also Robin 1 und Deathstroke Inc. 1. Ähm, der Writer ist Joshua Williamson. Und er ist ein guter Writer. Also, das ist auf jeden Fall etwas, wird gekauft. Hier sind aber einige Beteiligten, scheint. Auch Ed Brisson und Stephanie Phillips. Stephanie Phillips ist ja, glaub ich, war die an Harley dran? Glaub ich schon. Ja, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall gekauft. Batman geht weiter in Heftform. Ähm, immer noch Tom King. Kein großer Fan. Dann kommt hier Flashpoint Beyond 3. Da wird sich auch der eine oder andere freuen, ne. Ist ja von Jeff Jones und ein paar anderen meistens noch. Aber diese Issue scheint komplett von Jones gewesen zu sein. Zeichnung von Michael Jenin, unter anderem auch ein sehr guter Zeichner. Batman Gotham Knight 6 von 6. Das Ganze endet endlich. Und jemand hat mal gesagt, Nightwing wurde von Tom Taylor tatsächlich, äh, gerettet nach diesem Zeugs hier. Aber, wer weiß. Bin gespannt. Batman Detective Comics geht weiter von Mariko Tamaki und Matthew Rosenberg. Ich bin kein Fan von Mariko Tamaki. Deswegen hab ich das erste Mal nichts dazu gekauft. Und, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, warum Mariko Tamaki jetzt Detective Comics schreiben darf. Ist für mich absolut unberechtigt. Die Variants zum Crossover-Kracher. Mhm. Das ist Spawn und Batman als, ja, haufenweise Variant-Stuff. Ist das hier von, äh, Jason Faberg. Sieht so aus. Was haben wir da? Kann ich jetzt so in klein nicht wirklich erkennen, leider. Sonst hätte ich hier ein bisschen spekuliert tatsächlich an der Stelle. Ähm, das sieht ein bisschen aus wie Jim Lee. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie er das hier gezeichnet haben könnte. Ist das vielleicht Todd McFarlane wegen dem Umhang? Ah, ich weiß nicht. Ja, sehr, sehr cool. Wird auf jeden Fall gekauft. Ich werd's lesen. Ich, äh, ja, auf jeden Fall. Ich warte auch gerade auf zwei Spawn-Collection-Bände. Die müssten jeden Moment ankommen hier. Dann haben wir hier Batman One Bad Day Two-Face. Das geht auch weiter von Mariko Tamaki. Das letzte war ja von Tom King mit Riddler. Hab ich nicht gekauft, ähm, weil unter anderem Tom King und unter anderem der Riddler eine vollkommen falsche Porträtierung von dem. Hier diesmal Two-Face. Weiß nicht, was Tamaki draus macht. Vielleicht wird hier eine LGBTQ-Geschichte draus. Dann haben wir hier Batman One Bad Day, der Pinguin. Ähm, von wem? Von John Ridley. Ja, okay. Dann haben wir hier Catwoman Lonely City. Zwei von zwei kommt endlich. Das hat super lang gedauert. Das werde ich kaufen, denn ich hab den ersten Band. Ähm, es ist so eine Art Dark Knight Returns für Catwoman, ne? Da ist die schon älter. Und es ist ein Black-Label-Ding. Also, das ist auf jeden Fall etwas, das werde ich kaufen und zumindest mal lesen und für euch auch reviewen dann. Wir haben hier Aquaman Andromeda. Wird sofort gekauft. Das ist von Ram V. Das fand ich schon immer interessant. Ebenfalls ein Black-Label-Titel. Das ist nicht die normale Kontinuität. Aber gerade deswegen ist das für mich hier an dieser Stelle interessant. Und Aquaman sieht echt cool aus. Und der ganze Comic ist sehr, sehr düster gestaltet. Deswegen wird gekauft am 28.03. Sorry, ich vergesse die Daten heute am laufenden Band. Bitte guckt es selber einfach an. Wonder Woman Nummer 4. Ja, wird auch gekauft. Von Wonder Woman habe ich seit der New 52 alles lückenlos. Mal gucken, ne? Der neue Run soll jetzt nach Rebirth nicht so gut sein. Aber, ja, mal gucken einfach. Poison Ivy 1 von 2 ist ein Pride-Titel. Dann haben wir hier einmal Swamp Thing. Das Vermächtnis des Grüns als Deluxe-Edition. Und das ist von Ram V. und Mike Perkins. Und beinhaltet Swamp Thing 1 bis 16. Welche Zeit war das denn? Von Ram V. müsste ja recht frisch sein dann. Die komplette Sage in einem überformatigen, dicken Deluxe-Band. Ich könnte mir vorstellen, das Ganze zu holen. 69 Euro. Für 16 Issues. Hm, müsste man dagegen rechnen. Es ist Deluxe natürlich. Ist ein bisschen größer. Hardcover. Äh, ja doch. Ist noch okay vom Preis. Ist jetzt nicht übertrieben teuer. Dann haben wir hier einmal Shazam, eine neue Heldin. Äh, Shazam ist jetzt weiblich? Was? Von Josie Campbell. Zeichnung Evan, Doc, Shana. Der New Champion of Shazam 1 bis 4. Das nächste Kapitel in der Sage der Shazam-Familie. Mary Bromfield geht ans College und dort beginnt für sie ein neues Leben. Allerdings kommt der magische Hase Hoppy als blinder Passagier mit. Und natürlich ist Mary noch immer eine Superheldin mit der Macht von Shazam. Okay. Ja. Grundsätzlich hab ich da jetzt nichts gegen. Ähm, es ist aber, kommt ein bisschen überraschend. Aquaman Flash. Der Klang des Todes. Aquaman hat aktuell immer mehr Crossover-Titel, beziehungsweise, äh, Team-Titel, ne. Das letzte Mal, glaub ich, mit Green Arrow hab ich gekauft. Und auch das werd ich wieder kaufen. Es ist von Colin Kelly und Jackson Lansing. Und, äh, ja, beinhaltet drei Issues allerdings nur. Das ist kurz. Black Adam 1 von 2. Die neue Story von DCs neuestem Film herhin. Christopher Priest hat das geschrieben. Ich hab von Christopher Priest der The Justice League gelesen. Das war so weder Fleisch noch Fisch irgendwo. War okay, aber jetzt nicht überragend. Und ich weiß nicht, ob ich mir das dann noch geben sollte. Aber es verdient ne Chance. Task Force Z endet endlich. Wir haben hier endlich den zweiten Band. Der letzte ist auch sehr, sehr lange her. Ähm, da werden sich auch einige freuen. Und ich werd den auf jeden Fall auch kaufen. Am 7.3. Ist schon recht bald. Oh. Wird gemacht. Genauso wie Robin 3 von 3 werd ich ebenfalls kaufen. Am 11.4. Superman Sohn von Kal-El werd ich sowas von nicht kaufen. Und das ist, äh, am 4.4. Dann DC Celebration Harley Quinn. Die Celebration-Bände, da war ich mir ja in dem Deluxe-Übersichtsvideo nicht so hundertprozentig sicher. Aber es wurde bestätigt, die sind alle im übergroßen, also alle im Deluxe-Format von der Größe her. Neue Storys, die alle Inkarnationen aus 30 Jahren Harley Quinn feiern. Ja, wer's, wer's möchte. Batman Die Reise 2 von 2 ist von Zdarski. Ist ja praktisch so ein bisschen ein Auftakt zu seinem Batman-Run. Zdarski wird den Batman-Run übernehmen bald. Und, ähm, das hat man ja schon oft so gemacht, ne? Also auch das lange Halloween und Dark Victory und so weiter. Davor gab's ja so den Testtitel Nächte des Schreckens, ne? Sag ich's jetzt richtig? Ich sag's jedes Mal falsch. Aber ihr wisst, welchen Band ich meine. Die Vorgeschichte zu diesen beiden Dingen, wo man getestet hat, ob das Team funktioniert für Batman und so weiter. Und ich denke, dass es auch hier so was ähnliches ist. Sie haben ihn erst mal eine Miniserie schreiben lassen, bevor es dann in den Run übergehen kann. Ja, Batman Death Metal Deluxe Edition wird gekauft. Ähm, das bedeutet wahrscheinlich Omnibus, ne? Wie viele Seiten? 980 Seiten. Ja, ist ein Omnibus. Ja, das wird gekauft. Das ist halt, äh, ist natürlich das Nachfolge-Event zu Batman Metal. Ähm, dann hab ich auch wirklich diese ganzen Sachen komplett. Also, ich hab auch die Paperbacks. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich hab mittlerweile, äh, alle Paperbacks in Hardcover. Ich hab die Sonderbände, die dazu gehören. Und ich hab jetzt auch noch die Omnibusse. Normalerweise sammle ich nichts doppelt. In diesem Fall hab ich's doch gemacht. Warum das so ist, zeig ich euch irgendwann in den ganzen Format-Reviews. Der Joker-Fan-Edition von Gillem March. Was ist das? Die komplett aktuelle Joker-Serien, drei Bänden in einem edlen Schuber. Ich dachte schon, das wär ein Sammelband, weil da steht 1 bis 15. Aber in einem Schuber, drei Bände? Das ist nicht schlecht. Was kostet's? 79 Euro. Batman Paperback 2. Sorry, äh. Batman Paperback 2. Joker, ist auch nur für die Buchmesse Leipzig. Also, das war... So, zum dritten. Batman Paperback 2 Joker War. Da geht es einfach weiter mit James Tinian, dem vierten. Ähm, sehr gute Sache hier. Werde ich weiterhin auch kaufen und lesen. Wir haben hier DC-Shocker, das Haus am See 2. Das hat auch länger gedauert, bis das jetzt endlich gekommen ist von Tinian. Und das kommt am 25.04. Und wir haben hier Fables 5 in der Deluxe Edition. Also, da geht's einfach munter weiter. Und zwar Ende April. Okay, wir sind mit DC auch mittlerweile durch. Da haben wir hier jetzt hier... Gilles der Gauner hier, ne? Ähm, das geh ich mal so ein bisschen schneller, ein bisschen durch. Wir haben hier... Wir haben hier eine Menge Star Wars Zeugs. The Witcher Deluxe Edition 2 kommt auch. Äh, ich hab die erste Edition immer noch auf der Merkliste. Möchte ich irgendwann kaufen. Avatar, das Blut von Pandora. Der letzte abschließende Band werd ich auch kaufen. Dann haben wir hier Ganslinger Spawn 2. Den ersten hab ich noch nicht gekauft. Ähm, vielleicht... Ja, vielleicht... Mehr kann ich dazu nicht sagen. Spawn Origins Collection geht endlich auch weiter. Wurde auch Zeit mit dem 21. Band. Sehr, sehr gut. Savage Sword of Conan Classic Collection. Bitte macht doch mal was Neues. Ich will nicht die ganzen alten Sachen nur sammeln. Vier Farben der Magie. Der Stähler, ne? Blablabla. Stephen Kings Dunkle Turm Deluxe. Vier von sieben. Äh, jo. Das war's eigentlich, ne? Ah, nee, es geht noch weiter anscheinend. Es gibt noch einen Haufen Mangas. Okay. Und wir haben CrossCult natürlich. Mit Sin City, die Black Edition. Ähm, könnte man sich überlegen. Ich mag die Zeichnung nicht so gerne, aber es ist halt Frank Miller mit Sin City. Ist ein Klassiker. Äh, jo. Critical Role, The Chronicles of Alexandria, The Mighty Nein. Ähm, Art Book. Das ist cool. Ja, ich könnte mir das vielleicht kaufen. Ich hab nämlich neulich erst mich erkundigt, was Critical Role überhaupt ist. Und dann hab ich rausgefunden, okay, es ist Dungeons & Dragons. Und The Mighty Nein ist ne spezifische Erzählung darüber. Und es gab so ein Band mit so nem Tiefling. So nem blaue. Das hab ich mir mal angeguckt. Das fand ich sehr interessant. Super gut auch gezeichnet. Und auch die Story wirkte gut. Aber das Problem ist, ich kenn mich mit Dungeons & Dragons halt überhaupt nicht aus. Und ich weiß auch nicht, was The Mighty Nein ist. Und ich musste tatsächlich auch erst mal Critical Role würfeln, würd ich schon sagen. Googeln. Also, ich bin da wirklich ein bisschen hinterher. Und das war's. Dann haben wir nur noch die Checkliste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass ich heute immer die Daten ausgelassen habe. Ich hoffe, ihr habt euch einfach selber so ein bisschen da dran orientiert. Falls ihr diese Vorschau selbst euch ansehen möchtet, werd ich euch natürlich in der Beschreibung einen Link dalassen. Und sagt mir doch gerne auch eure Meinung dazu in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Bewertet ansonsten auch gerne das Video und abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Was denkt ihr über diese ganzen Geschichten? Was denkt ihr zu meinen Aussagen? Ich war heute so ein bisschen schnell unterwegs, weil ich gleich noch ein Meeting habe auf der Arbeit. Deswegen konnte ich mir jetzt nicht so wirklich Zeit lassen. Und ja, deswegen habe ich vielleicht auch ein paar Sachen versäumt oder falsch gesagt. Auf jeden Fall teilt mir gerne eure Meinung mit. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Zusehen. 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 Zusehen.